Stony TV mit Tischtennis aus Wilsbach, kleiner Ort in der Nähe von Ansbach, der Regierungshauptstadt Mittelfrankens. Tischtennis Oberliga im Brücken, Brutto Koppel. Bayern München, zweite Mannschaft. Koppel, einer von denen, die schon sehr lange da spielen, früher auch schon ganz oben, in der bayerischen Spitze, in der bayerischen Langliste gestanden. Aufschlagkönig, der nicht kommt, kommt hier an das Logisten, Wilski, jetzt neu bei den Winsbachern. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Am zweiten Tisch steht Kinan Brüttmann. Auch der hat seinen ersten Fass gewonnen. Vielen Dank. Applaus und Platz Nummer 3. Applaus 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 Auf geht's, auf geht's. Applaus 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 Vielen Dank. Sorry. Scheiße. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.